Was tun bei einer Verengung der Harnröhre? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn das Wasserlassen nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das an einer Verengung der Harnröhre liegen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern das kann auch gefährlich werden, denn wenn Harn in der Blase verbleibt, dann kann sich dies unter Umständen entzünden. Was also ist zu tun? Bei mir ist Privatdozent Dr. Clemens Rosenbaum. Er ist Oberarzt in der Urologie in der Asklepios-Klinik Barmbig. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erklären Sie mir bitte noch einmal genau. Harnröhrenstruktur, so heißt das ja als Fachbegriff. Was ist das eigentlich? Im Prinzip ist die Harnröhrenstruktur eine Verengung der Harnröhre. Die Harnröhre ist der Teil zwischen Blase und quasi der Öffnung der Harnröhre zur Außenwelt. Und wenn die Harnröhre verengt ist, dann kommt es, wie Sie sagen, dazu, dass das Wasserlassen schwierig wird, dass man öfter muss, dass man spürbar einen schwächeren Harnstrahl hat und auch sonst beispielsweise nachts häufiger raus muss und Beschwerden beim Wasserlassen hat. Ja, es kann sogar so weit kommen, dass überhaupt nichts mehr kommt, oder? Das ist die Maximalausprägung. Genau, das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man Wasser lassen muss, aber nicht kann. Das bringt in der Regel die Patienten in die Notaufnahmen der Kliniken. Ja, da wollen wir aber erstmal nicht so weit gehen, sondern einfach nur dadurch, dass diese Verengung entstanden ist, auch sehr sichtbar, glaube ich, entstanden ist, wenn man das so sieht, auf so einem Röntgenbild. Wodurch passiert das? Das kommt ein bisschen darauf an, wo man schaut. In der ersten Welt ist es häufig, dass man gar nicht weiß, woher kommt es. Also Sie meinen so in Europa? Genau, Europa, Amerika. In der zweiten und dritten Welt ist es häufig Folge von Entzündungen der Harnröhren, also sogenannten Tripern und was auch häufig zu sehen ist, dass es nach ärztlichen Eingriffen ist. Wer kriegt das denn in Europa, USA, also so in der Gegend, in der wir so leben? Also ganz klar ist es viel, viel häufiger bei Männern anzutreffen. Und da muss man sagen, es ist bei Männern, wenn es nicht angeboren ist, trotzdem, es kann auftreten vom 18. bis zum 80. Lebensjahr. Und diese Verengung, ist das jetzt dadurch, dass die Harnröhre verdickt ist? Oder ist das, also ist sozusagen, ist da so eine Wulst entstanden? Im Prinzip ist es wie eine Narbe, die das Lumen, also das, wo der Urin durchfließt, den Weg nach draußen verengt, dadurch, dass es da zu einem mehr an Gewebe kommt. Und wenn man das jetzt nicht behandeln würde, also man kann ja zum Beispiel gerade so als Mann sagen, ach, ja, im Alter wird ja die Prostata immer größer, daran wird es wahrscheinlich liegen und dann, das hat ja jeder und dann unternimmt man eigentlich nichts. Aber wie lange kann man da zuwarten, bevor man dann doch mal mit Ihnen einen Termin machen sollte? Ja, also viele Patienten kommen zu uns und sagen, sie haben wirklich Beschwerden, die sie stören. Ja, das heißt, es stört sie nachts dreimal raus zu müssen. Es stört sie stündlich oder häufiger auf Toilette gehen zu müssen. Das heißt, ein relevanter Anteil kommt, weil er einfach Beschwerden hat. Prinzipiell ist es aber auch so, wenn jemand Harnwegsinfekte hat und gesichert eine Harnröhrenstruktur oder wenn man den Anhalt dafür hat, dass schon die Nieren einen Schaden dadurch nehmen, dass die Harnröhre verengt ist, dann ist es höchste Zeit, sich beim Urologen vorzustellen. Ja, auch die Blase kann ja, glaube ich, sich entzünden, wenn immer Resthahn drin bleibt, oder? Genau, mit Resthahn und auch, weil die Blase so hohe Drücke aufbringen muss, kann eine Entzündung der Blase bis hin zu einer Entzündung der Nierenbecken und der Nieren die Folge sein. Ja, um nochmal auf die Ursachen zu kommen. Ich habe gehört, auch so ein ordentlicher Fahrradunfall auf der Querstange vom Fahrrad... ...sogenannte Aufpralltraumen. Das sehen wir in Europa zum Glück nicht so schrecklich häufig. Es ist ganz, ganz häufig, vor allem im asiatischen Raum, dass es da einmal zur Traumatisierung bis hin zum Harnröhrenabriss kommt. Aha, okay. Also das Fahrradfahren doch nicht ganz so ungefährlich wahrscheinlich dann. Je nachdem. Was können Sie machen? Also wenn das gesichert ist, wenn man das auf der Bildgebung sehen kann, diese wirklich stark sichtbare Verengung der Harnröhre. Wir gehen mal davon aus, wir sprechen über einen Mann. Ja. In dem Fall, welche Optionen haben Sie? Welche Möglichkeiten haben Sie? Ja, also wie Sie richtig sagen, zunächst einmal macht man ein Röntgenbild der Harnröhre, um zu gucken, wo ist die Engstelle und wie langstreckig ist die Engstelle. In den meisten Fällen ist die Engstelle der Harnröhre kurz vor dem äußeren Schließmuskel, von außen betrachtet. Und in den meisten Fällen ist die Engstelle häufig relativ kurz. Und dann muss man sagen, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann kann man überlegen, ob man im ersten Schritt eine sogenannte Harnröhrenschlitzung durchführt. Das ist im Prinzip vorstellbar wie eine Blasenspiegelung, wo man ja auch zunächst erstmal eine Harnröhrenspiegelung durchführt. Und im Rahmen dieser Harnröhrenspiegelung, das erfolgt natürlich in Narkose, im Rahmen dessen schneidet man mit einem endoskopisch eingebrachten Messer die Engstelle einmal ein und erweitert so das Lumen der Harnröhre. Wird die dann nicht undicht, die Harnröhre? Man schneidet so ein, dass es kein zutiefes Riss ist. Das umliegende Gewebe kann auch den Urin noch transportieren. Und man hofft, dass die gesunde Schleimhaut quasi diesen Schnitt ausfüllt und die Engstelle nicht wieder auftritt. Aha, also das heißt, man macht sozusagen das Gewebe dehnungsfähiger, indem man das ein bisschen andretzt von innen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, und da sagt der Körper nicht irgendwie, nee, wachse ich wieder zu und werde wieder so wie vorher? Ja, tatsächlich, das ist das größte Problem an diesem, ja eigentlich relativ einfach durchzuführenden Eingriff, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Engstelle wieder auftritt, sehr hoch ist. Beim ersten Eingriff 50% Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine Struktur auftritt, bei denen, wenn man das wiederholt durchführt, sogar noch deutlich höher die Wahrscheinlichkeit. Und was spricht dann trotzdem dafür, das zu machen? Das besprechen wir immer sehr offen mit den Patienten und sagen, es ist eine 50%ige Chance. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Operation so schnell durchführbar ist und mit eigentlich nur einem sehr kurzen Krankenhausaufenthalt verbunden ist, kann man diese Chance wahrnehmen. Es gibt Patienten, die sagen, nein, es ist mir ein zu großes Risiko, ich bin beispielsweise viel unterwegs, ich brauche da eine höhere Sicherheit, dann führen wir das nicht durch. Aber viele Patienten sagen, 50% die Chance, will ich versuchen wahrzunehmen. Ja. Kurzer Krankenhausaufenthalt und danach? Habe ich dann noch eine Nachsorge? Danach ist es so, dass ich persönlich finde es sinnvoll, dass man dann nochmal den Urologen aufsucht, so ein bis zwei Monate nach dem Eingriff. Und der guckt, ob es wieder einen Anhalt dafür gibt, dass die Harnröhre wieder verengt. Meist tritt diese erneute Verengung innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Operation auf und ganz klar, meist merken die Patienten selber, dass wieder was nicht stimmt. Ist denn, wenn man bei Ihnen dann rausgeht, also nach zwei Nächten glaube ich, merkt man dann noch, dass man einen Eingriff hatte? Also gibt es noch irgendwas am Körper, wovon man noch befreit werden muss? Nach dieser Harnröhren-Schlitzung nicht, da geht man ohne Katheter. Was dann sein kann, ist, dass das so ein bisschen brennt die ersten Tage beim Wasserlassen. Ah, aber ansonsten, man muss das nicht schützen, diese Wunde sozusagen. Nein, da hofft man, dass das von selber zuheilt und zuheilt ohne, dass sich wieder eine Narbe bildet. Ja, genau. Wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen will, welche Möglichkeiten haben wir noch? Dann ist es so, auch mit deutlich, deutlich höheren Erfolgsraten vergesellschaftet, sind die Harnröhren-Plastiken. Das ist einmal die End-zu-End-Harnröhren-Plastik und die Harnröhren-Plastik mit Mundschleimhaut. Alle anderen Techniken, die beschrieben sind, sind mittlerweile nur noch sehr, sehr selten angewandt. Diese End-zu-End-Geschichte, wie geht das? Bei der End-zu-End-Harnröhren-Plastik ist es so, man kann es sich vorstellen wie bei einem Schlauch. Es gibt da eine Engstelle, diese Engstelle wird ausgeschnitten und die beiden verbliebenen Enden des Schlauchs werden wieder zusammengenäht. Dann ist ja Zucht drauf, oder? Ja, das ist auch der springende Punkt bei der End-zu-End-Harnröhren-Plastik. Man kann die nur durchführen bei einer Struktur, die maximal drei Zentimeter lang ist. Dann kann man das Gewebe ein bisschen mobilisieren und so eine spannungsfreie Anastomose erreichen. Ja, und was würde denn passieren, wenn zu viel Zug drauf ist? Wenn zu viel Zug drauf ist, ist die Gefahr, dass das Gewebe nicht gut heilt, deutlich erhöht. Plus, es gibt das Problem, wenn zu viel Zug drauf ist, dass es zu einer Verkrümmung des Penis kommt und dass auch andere sexuelle Funktionseinschränkungen auftreten. Das heißt, ich würde empfehlen, maximal zwei bis drei Zentimeter zu überbrücken mit so einer End-zu-End-Harnröhren-Plastik. Ist das dann auch noch endoskopisch? Nein, das ist ein offen operativer Eingriff. Das ist auch damit verbunden, dass man dann in der Regel fünf Nächte im Krankenhaus ist und dass man in der Regel aus dem Krankenhaus entlassen wird mit einliegenden Kathetern. Aha, das heißt also, man fühlt sich gut, aber man ist nicht so ganz alleine mit sich? Es gibt eine gewisse Einschränkung die erste Zeit nach der OP, ganz klar. Wie lange? Drei Wochen danach führen wir bei uns im Krankenhaus nochmal eine Erfolgskontrolle durch, machen wieder so ein Röntgenbild und gehen da auf Nummer sicher, dass alles gut zusammengeheilt ist. Aber diese Zeit braucht es in der Regel, um vernünftig zusammenzuwachsen. Ja, und die Harnröhre zu schonen wahrscheinlich, das ist der Grund. Genau, da soll kein Urin drüber fließen und man begünstigt so die Heilung. Ja, Sie hatten noch eine dritte Methode, die mir jetzt so langsam als die klingt, die die allerbeste ist, wenn man sich für sie entscheidet. Ja, es gibt noch die Harnröhren-Plastik mit Mundschlammhaut. Ja. Da ist es so, da kann man deutlich längere Strukturen überbrücken bzw. behandeln. Die Erfolgsrate ist, sagen wir, 5 bis 10 Prozent geringer als bei der End-zu-End-Harnröhren-Plastik. Deswegen, da ist die Rolle der End-zu-End-Harnröhren-Plastik, dass die Erfolgsrate einfach höher ist als bei der Mundschlammhaut-Plastik. Nichtsdestotrotz, auch bei der Mundschlammhaut-Plastik würde man von einer 85-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgehen. Ja, zumal die ja auch über längere Strecken geht dann als die 2 bis 3 Zentimeter. Genau, da kann man auch längere Strecken mit überbrücken. Ja. Und in der Literatur ist ganz klar gezeigt, je länger eine Harnröhren-Struktur, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sie irgendwann wieder auftritt, auch nach einer Mundschlammhaut-Plastik. So, jetzt haben wir das Wort Mundschlammhaut, glaube ich, fünfmal gesagt. Mir tut das jetzt schon weh in der Backe. Also, wie geht das? Und was merkt der Patient davon, dass sie da was entnehmen? Ja, intraoperativ schaut man, wie lang ist die Struktur wirklich. Man legt die Harnröhre frei und misst tatsächlich mit einem Zentimeter-Band, wie lang ist die Engstelle und entnimmt dann das entsprechende Stück aus der Mundschlammhaut. Meistens die linke Wange und meistens die gemessene Länge mal zweieinhalb Zentimeter etwa. Das heißt, da ist ganz klar ein Defekt im Mund und ich persönlich bin immer wieder überrascht, wie wenig Beschwerden die Patienten dadurch haben. Also, die meisten Patienten haben eine etwas geschwollene Backe und sagen, klar, ich fühle das. Aber es ist selten so, dass sie deshalb mehr Schmerzmittel bräuchten oder deshalb länger ihre normale Ernährung aufgeben müssen. Sondern das geht ganz schnell. Man ist da ganz schnell wieder fit und die allerwenigsten Patienten haben mittel- oder langfristig damit Probleme. Und aus diesem Mundschleimhautgewebe formen Sie dann das, was Sie an der Harnröhre rausnehmen? Ja, bei der End-zu-End-Harnröhrenplastik wird ein Stück Harnröhre entfernt. Bei der Mundschleimhautplastik ist es so, dass man die Harnröhre nur eröffnet und dann die Mundschleimhaut wie einen Flicken einlegt, wie eine Erweiterung quasi. Genau, und die Erweiterung bzw. die Länge des Flickens hängt davon ab, wie lang ist die Engstelle in der Harnröhre. Genau, auch eine offene OP. Auch eine offene OP, auch in der Regel fünf Nächte im Krankenhaus, auch Entlassung mit Katheter und auch eine Erfolgskontrolle nach drei Wochen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund! Werden Sie gesund! Untertitelung des ZDF, 2020